zurück zu proppern und zwar diesmal mit dem bunten hasen dem cyrex hallo dem reaper dem freak hallo dem cyberbot hallo destiny hallo dem flori hallo und der f1 drücken das habe ich schon gemacht habe ich war zu spät drin ich auch so ein pegel um ein so drei gegen zwei erst mal das hört sich schon sehr nah an war ich das jetzt oder deswegen muss ich verraten reaper nein müsste eigentlich nicht sein wer weiß warum steht derjenige dann ein schaufel mit laufel mit einer schaufel in der antron aus ein bisschen sand abbauen laufel zeigt uns wo er versteckt ist er sagt dahin die melonen vom wasser weg zu schaufeln er kommt so war und ich kann mal gehen die standen der berlin gehört aber das ist um die melonen ich werde ich nicht sehen die melonen müssen liegen dann ist es ein problem im boden rumschwimmen nicht oben mit meinem versteck war ganz logisch eigentlich Nein! 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 Das ist nicht die Dose, die ihr sucht! Ich weiß leider nicht mehr, welche Map das gestern war, die wir bei TTT hatten, wo ich gesagt habe, das wäre eine coole Prop Hunt Map. Ich habe keine Ahnung, wie die hieß. Vielleicht meinst du... Hält mir gerade nicht auf. Fast aber. Oh nein, das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Wo ist die Dose hin? Hier drin. Oh nein, ich habe dich angeschossen, Reaper. Blau! Blau! Geblutest? Hä? Wo ist die Dose hin? Er schützt das Auto. Er ist bei dem Auto irgendwo. Hier, hier, hier drin. No, no, no! No, no! Oh Gott, ich habe schon mal gesiegt! Töte den Häsis, die scheiß Schaufel! Scheiße! Das hat er jetzt sogar gesehen. Das war eine Verfolgungsjagd. Ja, ich habe ein Blödes Visier nicht gesehen. Ich sehe das kaum auf dem Boden hier. Ach, Cyberbot, das wird nicht funktionieren. Das habe ich vorhin auch schon gemacht. Das wissen die sicher nicht, wo ich bin. Das habe ich aber vorhin auch schon gemacht. Ja! Ja, verratest doch, Flori! Ja, eben! Ja, ich verrate gleich alles. Flori! Böse! Und so nach dem Motto, Mensch, willst du wirklich die Dose nehmen hinter dem Zaun? Alter! Also, ich habe die ganze Zeit ganz leise Sounds. Und immer wenn ich die Sounds anmache, reden wir ja alle. Ach ja. Und keiner hört es mehr. Oh oh. Ja, das war ich aus der dunklen Seite. Was ist denn anderes? Hier im Haus ist einer. Nein, da ist keiner. Nö, nö. Im Haus ist niemand. Keinen Props tauchen, das ist mal ne gute Frage. Hier wieder aus dem Haus raus. Hier ist ein Prop. Nein, da ist keiner im Prop. Ich bräuchte mal noch einen Hunter beim Haus. Nein, da ist keiner. Das große. Geht in das falsche Haus. Hier ist aber auch irgendwo noch einer. Ach, hier ist schon noch einer drin. Wir sind uns zu Hause. Hier ist irgendwo einer drin. Ich habe ihn unter dem Dings gesehen. Nein, da ist jemand. Nein, da ist jemand. Komm raus, Mann. Na, komm schon. Great war das. Sieht man bei jedem Top die Namen eigentlich jetzt. Oder wie? Wie läuft das jetzt? Es ging nicht um die Namen. Ich habe den Schatten unter dem Haus, als ich drunter geguckt habe. Habe ich den Schatten gesehen. Ja, aber ich bin allgemein. Wenn ich auf jemanden ziele, dann sehe ich seinen Namen. Ganz kurz. Da ist Cyberbot, wo bist du unverstickt? Lass mich denn finden. Gute Augen. Wer ist draußen? Da ist keiner. Irgendwo in dem großen Haus, glaube ich. Ja, in welchem Haus ist er? Da ist keiner. Oder draußen oder oben irgendwo. Ok, das große Haus ist doch leer. Scheiß zumindest doch. Ne, ne, ne. Gleit sein. Irgendwo hier beim Klo oben. Glaube ich. Jeder werdet mich nie finden dann. Oder auf der anderen Seite von der Bahn. Wie bin ich jetzt hier reingekommen? Irgendwer hat den Ewig-Sound-Bug grad, ne? Ja, das ist ja im Haus. Das ist im Haus. Das ist im Haus. Im Großen. Im Rechten. Da ist keiner im Haus. Da ist keiner im Haus. Doch, doch, doch. Geht aus dem Haus raus. Mensch, Teck. Was ist grave mit dir? Mach die Tür zu, mach die Tür zu, die Tür zu. Mach die Tür, mach die Tür zu. Mach die Tür, mach die Tür zu, mach die Tür zu. Hier dr各ische. Da, glaube ich nicht, puh. Na, hast du sich gesehen? Ja da wohnt. Da weiß gerade. Entendlich Aun Huhn da ist er. Ja, da weiße. ich weiß es ist das nächste versteckt schon an dem punkt wurde mich vorhin mit der granate getroffen hast genau an den an dem eck in dieser scheine drin das los beziehungsweise ist in der vier ecken und deswegen habe ich auch gesagt das wird nicht funktionieren bei reaper bestimmt wieder eine granate rein wirft immer noch da ist einer genauso schlau wie ich trotzdem auf dieser map ist wirklich schwer für die props zu gewinnen dies ist krass offen muss ich sagen der versuch ist nice aber hier war ich von selber schon und ich musste gucken links links vom haus cyber ward links vom haus ich habe einen richtigen versteckt er hat so gut auch du bist ab da bist du bis jetzt runtergeladen aber bis zumal ab in nur dabei hat nur die floriat die ich dachte ich hätte geschossen ich habe schlade kriegst Prozent ach so du hast dass er legten prob habe ich sein haus das sei es getötet und ich habe Prozent Prozent Fick getötet der war uns im Haus der Mann aus Ich war jetzt echt verpürt. Da kommt der nächste Prop rein. Oh Gott, die Melonen eigentlich... Moment. Das ist echt schwer für die Props hier, muss man schon sagen. Du kannst dich mal in den Häuser verstecken, das ist ja... NEIN! Brenn! Gar nicht umlaufen! Reef hat den Dauer-Sound-Bug. Wir waren Grundverstecker, aber auch. Ah, ich hab was gesehen. Schuh, der ist ein Schuh, der ist ein Schuh, kein Vogel. Der ist ein Schuh. Ach Mist, der geht ins Haus, der geht ins Haus. Der geht ins andere Haus. Reeper, du noch zweieinhalb Minuten. Der ist ne Dose, der ist ne Dose. Ab ihn! Nein! Einen brauchen wir noch. Einer ist noch da. Einer läuft da drüben rum mit der Dose! Geh grad zum linken Auto, zum roten Auto! Zum roten Auto! Da, 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 okay! Rot im Auto! Wer steht da drüben? Wer steht da drüben? Lauf, Hase! Lauf, nein! Einen! Wie wie der Pus, ey. Was ist das mit der Schuhne? Ja, das war die... Tja, läuft! Oh, Mann, ey! Scheiß-Sound! Und ich dachte, Scheiß, jetzt bin ich drückse rausgelaufen! Ich wollte mich in irgendwas anderes verwandeln, hatte gehofft, ich kann mich in dich verwandeln! Nein! Hase! Übrigens kann man sich ganz fies als Computermaus unter der Badewanne verstecken! Äh! Lauf, lauf, lauf! Lauf, 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 lauf! Ne, ey! Lauf, lauf, lauf! Wir finden euch! Und los geht's! Halt, da! Von dem mittleren Haus, die Tür ist offen! Oh nein, ich sacke! Oh, Ripper! Ah, ne, ne, ist schon gut! Äh, ich kann grad nicht porten, ich hab nen zweiten Hunter bei mir! Ne, 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 ich... ... Nicht ausgepackt! Wenn ich alleine bin, ist kein Thema! Trauns? Trauns bitte! Nö, zu spät, ich bin tot! Ab jetzt! Oh! In der Scheune? In der Scheune seiner! Ja! Oder außerhalb? Ich glaube in der Scheune! Ich gehe in dem Wagen glaub' ich! Du bist es nicht! So! Du auch nicht? Schon da drunter, ne? Ja. Nee. Hier in dem mittleren Haus ist einer. Aber aufpassen, dass es sich gerade rausrennt. Einer sollte sich hier bewahren. Das ist eine Antenne hier. Alle brauchen sich wieder. Nee, hier drin nicht. Der ist in der Scheune da links daneben. Okay. Aha! Aha! Was war denn das gerade eben? Ja. Zeig dich, Flori. Flori ist es! Hier! Flori ist es, ja! Ich nehm nie wieder das Versteck. Ich bin fast tot. Hinten Bösen ist die Dose? 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 Hä? Hinten Bösen ist die Dose? Wie zum Beispiel ne Dose oder ne Flasche. Kannst du dich dann da reinbacken. Aber du hast niemals noch bewegt. Du hast ihn vorhin den Wagen hier bewegt. Dann wusste ich, dass der jemand ist. Na, sag ich mal deinen Namen. Ich hab mich gar nicht bewegt. Talber! Also dieser Wagen, das orange Ding, ne? Hat sich krass bewegt. Ich weiß nicht, ob es los war, aber es hat sich einfach bewegt. Ich hör irgendwas aus dem großen Haus. Großen Haus, ja. Nee, ich hör was hier aus dem, wo die beiden Türen sind. Ach, Cyberbot ist der letzte, okay. Nein! Nicht und wieder! Na gut, wir sind nur vier Leute. Im Gegensatz zu den fünf Lappen auf der anderen Seite. Große Worte! Sorry! Sorry! Aber das wollte ich mal losstellen. Bogemann! Ich komm oben! Ah, ich hab ihn! Äh, hinten in der Badewanne. Lauf weg! Lauf weg! Mach dich hier aus! Nein, ich hab mich auf den Desktop getappt! Nein! Jetzt! Nein! Schon wieder! Dope Installation! Er ist rausgerannt! Nein, er ist nicht hier drin! Er ist rausgerannt! Oh Mann! Nein, er ist weg! Ohhhh! Du, er ist halt hier vorbei, ist er nicht? Cyberbot, du musst es auch noch sagen. Was war er denn? Äh, ein kleines... Oh, was war jetzt wieder? Eine Computermaus? Äh, ich bin mir sicher. Ich hab seinen Namen gesehen. Ich seh ihn! Der ist unter Frank! Lauf! 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 Ja! Sehr schön! Hab ich ausgelacht! Oh, jetzt lach ich! Hahaha! Ich hab gelacht, aber ich war schon tot! Achso! Oh, schon wieder auf dem Desktop! Ich kann mich nicht verwandeln, super toll! Oh, Kaktus! Oh, Scheiße! Oh, Kaktus! Oh, Kaktus! Draußen! Ihr seht mich nicht! NIEMAALS! Oh ne! Melone! Melone! Zwei Melonen! Zwei Melonen! Der andere geht in Richtung Scheine! Der ist jetzt hier gefressen! Da ist noch einer! Ah Scheiße! Ich konnte mich dadurch dass ich diese Scheiß Decke im Feld hat, konnte ich mich nicht verwandeln. Es funktioniert nicht so. Irgendwie war's jetzt wirklich verpackt ich war zwei Melonen und ich konnte mich nicht verwandeln. Du musst eh eine Zeitung! Ja eh nochmal drücken, dann lässt du die Melone fallen. Du fühlst, du hast da die Zeitungen, ne? Ja, ich weiß ich nicht, es gibt hier nicht so viele, ne? Ja, Zeitungen sind eben so eine Spezialität. Der Psyrex, ich glaub der letzte ist hier. Bestimmt's aber! Mich wird keiner finden. Ich wette, du hast irgendwo in der Ecke. Ich muss so einen Sound spielen, also. Ich mach schon die ganze Zeit. Du hörst nix. Moment, er mag die ganze Zeit, aber irgendwo. Wuuu! Wuuu! Was macht denn die Hand da hinten? Boah, das war knapp. Ah, das ist wirklich gut. Ja, nur wartet das nicht, nur weiterschießen. Bringt euch ruhig um. Wuuu! Ich hab noch 90. Wuuu! Wuuu! Ja, komm Ray! Du hast es vorhin auch gemacht. Ja, ja! Ich hab nicht gemacht. Pfui! Oh Mann! Richard, das ist nur ausgleichende Gerechtigkeit. Also jeder darf's machen. Ich hab's außerhalb der Aufnahmen gemacht. Na und? Bis jetzt hab ich die scheiß Granate noch nicht eingesetzt innerhalb der Aufnahmen. Wollen wir die einsetzen oder nicht eigentlich? Mir ist das egal. Sie ist im Spiel vorhanden, also kann man sie einsetzen und macht natürlich mehr Spaß um. Das ist deswegen brauche ich euch ja. Ach nö, ich hab mich festgepackt. Ich hab's nie eingesetzt, ich fand die mies genug. Naja, aber der Hunter kann ja auch dran sterben, ne, wenn er zu viele Props trifft. Ne, also wenn er einen war. Zu viele nicht trifft. Ja. Oh, hier ist die Tür auf. Cool. Ich hab mich festgepackt. Ist... ja. Bist du schon wieder? Mh. Ja, ich heut noch gar nicht. Schau mal nicht. Ähm, wer war das jetzt? Mein Versteck ist so schlecht. Der frag mich mal. Ach, dankeschön. Nein, 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 nein... Welcher Hunter das auch grade immer war hier? Lass den in Ruhe. Ah, da ist er da! Och verdammt. Wenn's Ray ist, lass ihn erstmal ein neues Versteckstuch. Ne, ne, der ist hier nicht reingekommen. aber ich dachte war einer hier ist einer hier schwimmt eine dose in der luft kriege ich jetzt bald mal das danke danke ja genau hau ab jetzt muss ich ja ich verstehe ich sehe die dose über dem kopf jetzt kommt der dauersound wieder da 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 läuft er läuft da muss ich doch dass einer von denen ist nein ihr müsst wenn ihr euch verwandelt noch mal die linke maustaste drücken und habt ihr noch so den gleichen kopfnummer über euch ich habe an stein und keine dose okay ich bin nie zu einer dose geworden eigentlich was ist los wir kommen keiner lang nein wir sind schon wieder die letzten ja wo bist du sag ich dir nicht ich müsste einer seien da von da kamen sound und dann richtung hier laufen wo ich warte oh nein nicht gut mich gerade weil ich muss das was wechseln jetzt sag ich auch aber nur wegen meiner das ist so ich bin ich wieder okay bewegt mich ganz bisschen ja ich hab's geschafft sie hier muss jemand sein ja und florin auch im leben hinter dem anderen haus hinter dem anderen haus jetzt unter dem großen unter dem großen haus bei dem haus ganz außen muss da irgendwo sein ob er drin ist weiß ich nicht die hintertür ist offen aber dann ist er da drinnen alles klar gut dass ich alle flore muss ich schicken hier noch ein bisschen nein ja da kam auch blut raus darum habe ich gewundert dass sie nicht gestorben ist beim ersten mal ich habe nichts abgekriegt ich habe auch nur ein herz aber es ist schon da also hast du mich nicht getroffen ja aber ich habe genau auf die dose geschossen da konnte warum schon deswegen war ich ja verwundert ich glaube das wird der erste sieg für die props Wee! Nein! Ich bin eine Delfin, Nose! Quill wieder der Delfin! Oh mein Gott, ey. Äh, Map Change oder was? Sollte Map Change sein, ja. Hoffe ich zumindest. So, 22 Minuten haben wir jetzt. Ja, ich hoffe, dass eine Map kommt. Ansonsten muss ich manuell wieder eine wählen. War das doch direkt? Äh, ich bin ja gerade dabei. P, 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 H, da. Äh, irgendwelche Wünsche? Nö, mach einfach irgendwas. Eine, die schnell geht. Genau. Ja, könnten wir eigentlich die selbe direkt nochmal wählen. Mach doch. Wähle ich die selbe Nummer. Aber ich weiß halt nicht, welche Karten ihr schon vollständig geladen habt und so weiter. Also, dementsprechend auch an unsere Zuschauer mal, ne. Wenn ihr herausfinden könnt, wie dieser Befehl ist, um die, 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 die Rundenanzahl zu erhöhen, dann... ... ... ... ... ... ... Hau's uns da unten rein, ihr wisst genau wohin. Ja, hau's uns rein. Ja, na endlich, jetzt reden hier die Leute auch mal wieder, meine Güte. Ja, hau's uns eine rein, dann reden wir auch. Ja, hau's eine Bitte. Oh. Aua,cin, alle rein in. Jetzt sind wir hier acht, neun Leute und kein Schwein sagt was. Also, reden. Hallo. Oh, hau, hau, haу, hau, 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 hau Hau, hau. Hau, 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 hau. Ja, ich gehen mal nisschen rum, ne. ich gar nicht am Reden. Schält mal hier so rum. Beobacht euch, alle noch nicht. Schält am Mondo. Nein! Da läuft die Kiste auf! Sehr gut, Rippa. Scheiß Kisten hier. Ist deine auch so? Ich schaffst das schon dagegen Kisten. Sie stören, die stehen im Weg. Die Kisten. Was, bin ich schon wieder der Letzte? Ja. Ja, schön. Ich bleib hier schön. Rippa, Rippa. Ja, ich steh noch ein bisschen um hier. Peace, come again. Ich wollte mich nicht hinbekommen. Sie sahen sehr sauber aus. Negative. Negative. Wieso stirbt der ja so schnell bei dem Proc? Das ist mir jetzt ein Rätsel. Das ist ja nicht gestorben. Ach so, weil man so weit? Ja. Oh, schön. Bin ich da draußen? Ich glaube ja. Ich bin nicht so ganz auf der Höhe. Ich meine im Haus drin. Oder doch draußen. Ah doch, vielleicht doch draußen. Es wird rechts von dem großen Haus rechts in der Hacke angezeigt. Ach, warte mal. Angezeigt? Ja, der Sound. Da hat er wieder hier Sheets an, ey. Da oben war er nicht. Ach nee. 90. Okay, dann. Da hat er noch eins getroffen. Ich hab ja die Granate nur gegen das Haus geworfen. Ach so. Oh, das hört sich nah an. Ach, warte mal. Ah nee. Der Schrank war da schon. So gut ist mein Versteck wirklich nicht? Doch, 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 doch. Ja, doch. Ich bin die ganze vorige Runde auch schon drin gestanden. Da haben sie mich auch gut entdeckt. Ja, aber der Sound ist halt so. Ich hab das auch schon ausprobiert. Ja, schön. Ich hab euch einen Tipp, Jungs. Wenn er so weiter schießt, dann hat er voll tot. Oh, du schießt anhand ein Fenster ein. Ach, schön. Okay, auf jeden Fall ist er irgendwo hier drin in dem Haus. Ich guck mal, nachschau, ob es ein Skript. Lieber, merkst du eigentlich, wie dir langsam das Leben entfließt? Langsam, langsam, aber was ich... Das ist ja heilige Scheiße. Ah, ich glaube, ich weiß, wo der ist. Das war 10 Minuten, an einem doofen Stick gesucht und der lag mir hinter der Tüte. Boah. So. Voila. So, hast du die Türen zugemacht. Ich glaube, ja, zwei Türen müssten zu sein. Schnell reinlaufen! Ich finde mich, ich finde mich, weg, 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 weg. Du bist nicht Trader, du darfst nicht lügen. Die Schuhe waren aber davor noch nicht so gut, oder doch. Kann schon sein, aber... Vielleicht... Nee. Es ist kein Felsenreaper. Na, aber zwischen den Felsen. Letzter Sound. So. Run, baby, run. Hä, wo ist er denn? Draußen, ganz hinten, hinter der Scheune. Komm laufen! Bye! Lauf! Klapp doch mal weiter! Ich kann nicht mehr hin. Abtauchen, und wieder auf, und weg, und tschüss. Let's click. Vor dir, vor dir. Vor dir, überraschend. Jawoll. Daumen. Jawoll. Ja, nein, haben wir noch, ey. Mann, ich habe ein Problem. Egal, aber wir haben ihn noch erwischt. Ja. Zählt aber leider nicht mehr, ne? Aber leider, das ist es geht. Es ist egal, erwischt heißt erwischt. Für das beste Versteck, für diese Map. So. Letzte Runde, ne? Lass mich reich hier, durch hier. Wenschein. Oh. Der hat einfach jetzt zwei Runden hintereinander funktioniert, das Versteck. Und hier sitzen fünf Props da drin. Alle drin im Boot. Ah, da hinten läuft noch einer. Hä, da ist der Stinker, weiß du? Ah, mein Computerbildschirm. Ah. Warte. Scheiße, die Runde hat schon gestartet, ey. Ich war zu langsam. Ich bin auch ganz so langsam. Oh, oh. Ich bin so... Auf die Dose. Lauf, Dose, lauf. Lauf um ein zartes kleines Leben. Oh, nein, ich hasse den Sound. Oh, ja, der geilste Sound. Lauf um ein... Bleib da. Wann ist er hier drin, ne? Die Dose ist wieder nach dem Spiel. Nein, der ist draußen. Die Tür nicht auf. Da, da sprang die Dose. Wie er erst mal Luft holt. Ja, das war knapp. Nein, weißt du nicht. Oh, nein, jetzt hab ich schon... Jetzt hab ich schon... Wie er den Sound. Ah, dadadadadadadada. Nein. Nein, wumple! Vielleicht kann ich ja das, oder? Seh nix. Wenn das das Tor hängt. Ich hasse den Sound. Kannst du mit dem roten Auto rumfahren, Cyrax. Geh in die Badewanne. Geh in die Badewanne. Alles gut. Aber Reaper, war das jetzt kein Hinweis? Nö, mach doch schon die Autogeräusche! Wer sucht dich denn da am roten Auto, Cyrax? Äh, das ist... So, weiter nach links. Jetzt fack ich das. Gott, ist da nicht los! Ach super, ich bin festgepackt gewesen jetzt. Cyrax ist hier irgendwo beim Auto. Der ist nicht beim Auto, der guckt auf das Auto wahrscheinlich. Der ist hier in dem Schuppen oder so. Eigentlich kein Regelsverstoß, weil ich bin gerade festgepackt. Ich hab keine Tipps gemacht. Jemand hat da mit der Waffe durchs Auto gepackt. Jemand hat da mit der Waffe durchs Auto gepackt. Jemand hat da mit der Waffe durchs Auto gepackt. Hier unter dem Haus! Unter dem Haus! An der Garage! An der Garage! Bist du irgendwie festgepackt oder was? Ja, ich war festgepackt. Achso, du warst, okay. Das ist nicht so. Ja, das muss schneller gehen. Der Hunter muss mir dann Bescheid geben oder wie auch immer. Notfalls kann ich dann noch schnell rausporten. Halt ein bisschen Fairplay, aber wenn es nicht anders ging, geht es nicht anders. Und da hat einer, den nun endlich keinen Sound. Ich bin mir ganz sicher, ob ich das bin. Ja, du bist es! Äh, da, das kann gut sein. Kann gut sein. Äh... Hey, Cyrox ist noch da. Ja! Der hängt mittlerweile bei dem blauen Auto. Der hängt mittlerweile bei dem blauen Auto. Alter, wenn du... Hahahaha! 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 Warte! Waaaah! Hahahaha! Das ist er weiß! Das ist ein der Ding irgendwo bei dem weißen Auto. Hahahaha! Wo ist der denn? Ach da! Hahahaha! 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 Geh mal hinten oder vorne hin! Du kannst doch auch in die freie Kamera wechseln, dann siehst du ihn, wenn du ihn... Ja, ich... Ich... Ich spektate ihn aber... Hahahaha! Hahahaha! Oh Gott sei! Hahahaha! 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 Es gibt ja auch so wahnsinnig viele Autos, ne? Hahahaha! Hahahaha! Ich hab noch 10 Sekunden... 5 Sekunden... Hahahaha! Ja! Zwischen 70 und 30 loslaufen! Hahahaha! Hahahaha! Wo seid ihr denn hier? Hahahaha! Hahahaha! Lauf! Noch 12 Sekunden! Ich hab, wir nur live im großen Haus! Não schaff em im großen Haus! Lauf... 3...2...1... Yoooow Wow Tschüss Tschuuu